Das ist der neue Gelenkrahmen. Hier haben wir viele Details verbessert. Das Handling für den Kunden ist besonders intuitiv und einfach. Sie nehmen das Modul, setzen es in Position, schließen den Rahmen und er bleibt geschlossen. Die Module sind komplett richtig an der Position fixiert. Dass das so leicht funktioniert, für den Kunden funktioniert, dafür sorgt diese Edelstahlfeder, die den Rahmen zuhält und aufhält. Aber auch weitere Details wurden verbessert. Zum Beispiel eine kleine Querstrebung, die die mechanische Stabilität noch mal erhöht. Thema mechanische Stabilität ist auch besonders wichtig gewesen bei der Entwicklung. Wir haben darauf geachtet, dass der Rahmen mindestens genauso stabil ist wie der bisherige. Im Detail aber wirklich noch stabiler ausgeführt worden ist. Denn unsere Steckverbinder werden wirklich unter starken, besonders mechanischen Umgebungen eingesetzt. Und da ist Stabilität irgendwo besonders wichtig. Weitere Details wurden auch optimiert. Das Handling. Die Module fallen genau auf Position, sie fallen nicht durch. Alles, was den Monteur die Arbeit erleistert, wurde hier verbessert. Es ist auch kein weiteres Fixierelement mehr notwendig. Ich nehme die Module, achte darauf, dass die große Nase in die große Nase passt. Ich lege es in Position, schließe den Rahmen und er bleibt geschlossen. Das war es auch schon. Eine wirklich schnelle und einfache, intuitive Montage.